richtig schönes wetter auch wenn es jetzt so viel die kamera ein bisschen blendet ja ich bin im garten ich habe es angekündigt wir machen einen garten und gang ich möchte euch zeigen was alles im garten los ist was nicht los ist was mir probleme bereitet was so der sturm verursacht hat vielleicht erzähle ich ein bisschen was wegen der vandalismus und und ernteklaugeschichte noch mal schauen was ich alles so laufen ja ich stehe in der mitte quasi von meiner von den meisten meiner ertragszone oder der hälfte ich kann mich einmal im kreis drehen hinter mir sind die beete das schließt sich alles soweit ja und ich möchte mit euch jetzt beet für beet durchgehen beziehungsweise so allgemein zeigen was los ist ich habe natürlich schon ein bisschen angefangen auch zusammen im flur schon einiges gemacht im garten ich finde für die zeit und ja schon einiges bei rumgekommen das werde ich euch so quasi zum ende hin zeigen dann priorität hatte jetzt diesmal so ein bisschen hinten die basis chill ecke da hinten mein rückzugsort mein platz wo ich immer mit einem starte das habe ich sonst immer vernachlässigt diesmal möchte ich das anders machen und macht das auf jeden fall auch schon und ja sturm schaden habe ich mich noch um ein paar sachen gekümmert ja aber das dann alles gleich wir fangen von vorne an von vorne heißt wir gehen einmal durch die gartentür und schau mal von links nach rechts was uns hier so erwartet da so der bereich war ich gar nicht bei hier vorne habe ich paar sonnenblumen raus man sieht das hier auch an den schnitten was ich damit gemacht habe das zeige ich euch dann gleich ja hier genau das gleiche sonnenblumen abgeschnitten das ist auf jeden fall alles ja biomasse macht sich nach vielen auf jeden fall biomaterial für die beete wie ich das dann nachher eingesetzt habe das im grunde genommen könnt ihr das hier schon ein bisschen sehen habe ich auch ein bisschen reingeschnippelt aber wie gesagt an anderer stelle mehr hier hätten wir ja so ein bisschen blumenwiese mensch guck mal wer richtig gut da steht lavendel mag den platz offenbar sehr gerne ja hier wird auf jeden fall irgendwann mal das beet vorbereitet quecke raus und so weiter und so fort na was haben wir hier denn gefunden da kommt jedem jedes beet in überraschung hier hatten wir ja so den bereich für die tomaten und wie ihr sehen könnt ist ganz viel bereich der gar nicht zugewachsen ist sonst habe ich das immer ziemlich schnell wie hier aber hält sich in grenzen ich würde mal sagen nur ein drittel arbeit nachher drittel vergnügen arbeit anführungsstrichen mag ich ja nicht so gerne das wort ja also hier gilt es auf jeden fall vorne das milperbeet fertig zu machen ja beetvorbereitungen mit mit den sachen die ich da so vor habe aber das sind alles zu seiner zeit da haben wir noch die kronlichtnelke finde ich bestimmt noch andere pflanzen zwischen ja blumenwiese eigentlich nur breit beikraut raus und in ruhe lassen bei der geschichte hier auf jeden fall ein bisschen mehr beikraut raus ich hoffe natürlich dementsprechend nachher mulchmaterial zu haben aber es gibt auch andere tolle entwicklungen deswegen hoffe ich ein bisschen noch pferdemist auch schon pferdemist ein bisschen länger lagert somit auch schon gegen gerade erreicht hat dass es in die beete wandern kann das auch voll mit würmern habe ich mir sagen lassen ja damit wollte ich auf jeden fall auch noch nachher die beete aufwerten ansonsten ist das hier der bereich gewesen hier stand das tomatengestell das ist so nach links rüber gekippt vom sturm alles hat natürlich dann nicht mehr gehalten das wollen wir dieses jahr ein bisschen besser machen mal schauen was das dann so wird von der konstruktion das passiert dann nachher einigermaßen spontan ja aber die sind dann auch weggesammelt die kamen da hinten auf den haufen drauf da habe ich dann immer so einen platz wo ich mir das nachher wieder weg holen kann das was ich so brauche ja und hier steht auch wieder ein highlight für das beet der grünkohl und der hat natürlich noch ein paar stellen die sehen richtig gut aus und unten wächst auch jede menge nach ja und dann kommt das kiholbeet auch hier durften floh und ich dann erkennen dass es allgemein bisschen ja leichter fällt mir gerade auf weil es hier auch im beet ist ich habe nämlich hier gerade feldsalat entdeckt ich war auch schon einmal ernten habe einiges rausgeholt gibt es noch andere stellen jetzt weiß ich aber nicht ob ich den nach vorne gezeigt habt an der stelle will ihn euch nicht vorenthalten sonst ist es einmal doppelt gemoppelt hier habe ich auf jeden fall noch mal feldsalat entdeckt ja soviel zum kiholbeet ihr könnt denn das sehen das ist auch eine sache auf die haben floh und ich noch bock und in der mitte haben wir auch noch kompast ich glaube das holz werden wir dieses jahr erneuern müssen ich denke so nach drei vier jahren ist das dann auch mal dran dann haben wir hier noch die wilde karte ich weiß nicht ob hier noch saatgut drin ist auf jeden fall auch eine spannende geschichte das ding kommt auf jeden fall weg und dann werde ich da auf jeden fall einmal reingucken ob da irgendwie saatgut ist aber wilde karte soweit habe ich auf jeden fall auch in der aussaat mit dabei so bevor wir hier dann weiter gehen möchte ich noch mal wieder zurückgehen ich habe hier vom beet dann auch nachher was weggeräumt noch das seht ihr hier es ging mir eigentlich quasi überall so ein bisschen und ihr seht ja auch noch genug liegen ja und das hat dann über den winter auf jeden fall das beikraut zurückgehalten deswegen bin ich da super super zufrieden hier ist eine geschichte da muss ich mal näher ran hier habe ich überall noch brennnessel zwischen die hoffe ich mal dieses jahr ein bisschen mehr zu erwischen haben floh und ich auf jeden fall schon ein bisschen darauf geachtet wie gesagt hier kompost hier drunter müsste richtig gutes material sein wenn dann die brennnesseln raus sind hier vorne in dem bereich habe ich auf jeden fall jede menge erdbeeren zwischen vielleicht könnt ihr die aus der ferne erkennen hier haben wir auf jeden fall ganz deutlich ein paar und drehe ich mich noch mal nehme den schatten mit und ja hier habe ich auf jeden fall noch ein pflänzchen wir hatten ja rosmarin das war eine winterharte geschichte gibt es noch einen namen zu ich gucke gerade ja das auf jeden fall geschichte ihn richtig gut würde mich noch mal interessieren ob ich das jetzt sogar noch vermehren könnte also hier irgendwas abschneiden ab ins wasser und dann in die erde habe ich keine ahnung werde ich mich irgendwie noch mal mit beschäftigen ob das jetzt dieses jahr dran ist weiß ich nicht so steigen wir hier mal rüber hier möchte ich noch mal weiter rüber gehen hier habe ich auf jeden fall einige stellen irgendwie ist jedes beet irgendwo was kleines los also hier habe ich auf jeden fall pflanzen lavendel 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 ja könnte auf jeden fall was nachkommen und hier hat tatsächlich salber überlebt wunderschön das nehmen wir doch gerne mit ach die sonne wie herrlich richtig glück gehabt der tag sah bisher sehr düster aus super kalt also bewölkt super kalt düster war schon ein zweit und jetzt dann irgendwie noch mal nachmittags die sonne raus kommen sehen und dann noch mal einen garten straten vor allen dingen für euch dann noch mal ein video drehen einmal eine aktuelle stand der dinge ist eine schöne sache tut mir gerade richtig gut ja so wir wollen ein bisschen weiter am mehrwert bleiben und auch dass sie so ein stand der dinge kriegt mehrwert da stehe ich am richtigen beet denn hier ist das kartoffelbeet hier haben wir in etwa ja der bereiche links dann hier rüber hier ist so die grenze und dann da der bereich das ist auf jeden fall anbau bereich gewesen für die kartoffeln das ist der kompost da liegen auch noch die matschigen ansonsten kurze werbung an dieser stelle ich habe gerade letztens video gemacht mit dem floß hat super spaß gemacht wir haben geguckt ob im februar irgendwie noch kartoffeln im boden sein könnten die man gebrauchen kann und ja das ergebnis seht ihr einmal oben links oben rechts das rechts für mich ist es links für euch oben rechts da könnt ihr mal gucken was daraus geworden ist das zeige ich auch im insgesamten dann was so auf diesen zehn quadratmetern an ernte bisher rumgekommen ist denn man kann das eigentlich auch ganz gut sehen hier in dem bereich auch in dem video sind wir ungefähr bis hier gekommen flo war da auch schon bei wollte aber auch gleichzeitig noch mal bei kraut jeden und die ein oder andere kartoffel findet sich da auch dann immer noch ja und dann dahinten noch mal überall bei und da warte ich auf jeden fall bisschen was noch werde ich auf jeden fall irgendwie video mäßig festhalten und wenn es dann nachher nur ein ausschnitt ist von dessen was ich da als ergebnis dann im kopf sammeln konnte so was haben wir hier ganz wichtig jede menge denn dieses beet braucht biomasse alles was den boden fluffiger macht hier könnt ihr das sehen kleine äste laub bisschen erde ist dazwischen aber ganz viele gewächse wie topinambua sonnenblumen also ein helles gestrüpp alles was ihr jetzt lang seht das habe ich auch einmal hier unten drunter wie so an diesen kleinen dingern könnt ihr das ganz gut sehen also ich habe mir die mühe gemacht und habe die tatsächlich so klein geschnitten es war jede menge arbeit und hier drunter müsste ich irgendwo hinkommen ich hoffe ich tue mir nicht weh hier könnt ihr es ganz wunderbar sehen guckt euch den kleinen schnitt an da also davon wartet hier drunter noch viel mehr und ich werde mich wie gesagt dann noch mal in die richtung vorwagen das alles frei machen auch den kompass von den matschigen kartoffeln noch mal entfernen damit wir dann irgendwie nicht irgendwas haben was hier keimt dann gibt es aber noch was schönes zu sagen zu den kartoffeln hier beziehungsweise zu dem kartoffelbeet die mitte und zwar habe ich letztes jahr im frühling irgendwann mal gesagt hier habe ich dann auch den schnitt von den brombeeren rein auch so klein wie bei den sonnenblumen grad und dann dachte ich nach kurzer zeit hier irgendwie ein brombeergewächs gesehen zu haben ich habe das auch in den zuschauer kommentaren gesehen und wie wir sehen können hier sind nirgendwo brombeeren die sind nicht durchgekommen ich glaube auch eher dass es kartoffeln waren dann wenn ich hier dann nachher mal drunter gucke ich glaube da waren noch paar kartoffeln zum ernten quasi ja das ist eigentlich so das kann ich das ja auch eigentlich schon abschließen laub andere blätter verschiedenste material das soll dann hier überall reingearbeitet werden habe dann auch noch ein paar andere sachen die ich da noch mehr rein haben möchte hier sind auch noch pflanzen die klein geschnippelt werden sollen ja und somit könnte man das eigentlich schon fast abschließen denn hier vorne das wird normales beet mal gucken vielleicht wieder erbsen da hatten wir auch kartoffeln drin mal gucken was wir da draus machen hier vorne ich hatte mir glaube ich auch erbsen also das ist so eine geschichte da können wir auf jeden fall mal gucken so ich denke habe ich alles ganz gut abgegrast also hier die wege die waren auch voll mit irgendwelchen ästen und so weiter alles was halt umgekippt ist von den tomatengestellen da war der sturm natürlich viel zu doll oder die stürme ist mehrzahl definitiv ja und bevor wir weiter mal nach nach innen gehen gehen wir hier auch noch einmal durch dann haben wir das auch mal guckt euch dieses schöne bild an wow wunderschön herrlich ja hatte ich vorher gar nicht auf der pfanne das sieht man dann mal wenn man durch den garten geht gibt es immer irgendwo eine überraschung ja das hier auch ein beet das ist ja völlig zugewachsen dicht gewildert aber das war auch so ein bisschen so geplant gucken was da so durchkommt wenn man es komplett in ruhe lässt aber ich denke das ist eine geschichte da kann man auf jeden fall freimachen mit totholz wieder schön und das müsste die nachtkerze sein ja hier die geschichte ich weiß nicht ob hier noch sagt gut drin ist ich glaube schon ja so jetzt kommen ein paar menschen hier vorne auf dem weg vorbei deswegen verdünnisieren wir uns mal hier tingle ich einmal durch also hier auch ein beet nachher zum freimachen das würde ich auch alles noch weg machen alles biomasse hier für die beete wunder wunderbar trockenzieher haselnuss hat seine zeit gehabt so langsam man sieht das alles moor trocken hat mir aber riesen freude bereitet und werde ich dies ja versuchen so gut zu halten wie es halt eben geht so und ihr konntet hier schon wunderbaren blick erhaschen davon ist ein bisschen was passiert da kommen aber gleich hin da haben wir hier noch ein bisschen was verschiedenste erdbeer pflanzen wieder dazwischen alles mögliche hier vorne das müsste auch schon von den kräutern her wieder interessant sein das müsste vogelmiere sein wenn ich da richtig bin obwohl das sieht noch wieder ein bisschen anders aus ne vogelmiere sieht anders aus vielleicht kann mir einer sagen was das ist sieht sehr spannend aus habe auf jeden fall jede menge pflanzen entdeckt die zum ehrenpreis gehören auf jeden fall da in dem bereich habe ich jetzt gerade gar nicht eingefangen vielleicht stolpern woanders noch mal drüber ja und hier auch jede menge erdbeer pflanzen zwischen hier ist eine pflanze kann ich nicht identifizieren was das ist vielleicht wird das eine königskerze ich weiß es nicht so von dem anfangs dinge schon so die richtung ja und hier an den löchern könnt ihr erkennen da war überall noch knoblauch drin so wie ihr den hier seht da unten ist ein kleines pflänzchen ich gehe jetzt gar nicht näher ran haben wir noch was abzuschließen ja hier die mitte das soll auch ein bisschen wiesenmäßig bleiben mal gucken vielleicht da in der mitte tomaten aber der rest so ein bisschen wilder aber soll auf jeden fall mal frei gemacht werden vom beikraut wenn die zeit dafür langt dieses jahr ist sowieso ein bisschen anders ganz andere situation ich habe in vielen stellen bei null anzufangen andere stellen guckt mal das ein bisschen leerer zeige ich euch gleich auch alles noch so aber das wollen wir jetzt hier einmal abschließen das war der flo der flo der hat hier ein schönes beet gemacht schön mit umrandung hier in die sonnenfalle rein jener seite haben wir noch oregano pflanzen das könnte eine königskerze werden oder was auch immer vielleicht bin ich jetzt auch zu sehr auf dem königskerzentrip ja und hier hat auch schon was ausgesät ich habe das ja in dem letzten video schon gezeigt eigentlich so wie ihr hier die löcher seht so ein bisschen da sind vier da sind vier also und da sind noch zwei macht zehn stück dicke bohnen gespannt was daraus wird das war so ein bisschen experiment oder beziehungsweise flor hat frei schnauze gemacht nach seinem gefühl dann wird das schon was werden ja und der bereich hier könnt ihr auch sehen jede menge sachen die hier noch gut in die beete wandern kann nachher das macht wirklich die beete fluffiger das kann ich euch nur raten packt das nicht irgendwo direkt auf dem kompost arbeitet es gleich in die beete rein habt ihr sperrt euch die arbeit hin und her klar also wenn man dann so drauf ist wie ich und da alles wirklich so richtig klein schnippelt denn es ist natürlich ein aufwand aber ich muss sagen in dem kontext wie ich das hier gemacht habe mir riesenfreude bereitet war eine meditative aufgabe ich habe musik auf den ohren gehabt ich habe die zeit vergessen es war so schön nachher auch das ergebnis anzusehen das einzige die hand war nachher im arsch war wahrscheinlich kurz vorsehen scheinen entzündung richtig fertig aber das darf dann auch mal sein gehört dazu so den bereich können wir glaube ich abschließen einmal und hier vorne gibt es eine traurige nachricht aber hinter der traurigen gibt es noch eine positive nachricht das ist einmal hier die schildkröte ist noch da aber hier hatten wir eine bananen pflanze man sieht noch die vertrockneten blätter aus dem vorjahr das ist eine geschichte die ist leider nicht durchgekommen logisch bananen pflanze winter ich hätte abdecken müssen hier liegen die ganzen sachen das ist zum beispiel eine sache der die ist der situation zum opfer gefallen auch die sonne so schön ich habe da schon glück hier hinten mit dem kleinen wäldchen schon ganz besonders ja so jetzt kommt aber die gute nachricht ich habe zu hause noch ein exemplar ich habe mein exemplar eine version bei mir stehen gehabt die ist auch gestorben die war auf dem balkon noch die hatte ich das ganze letzte jahr und ein exemplar hat der zwang gekriegt und der zwang hat gut darauf aufgepasst ist aber auch nicht nicht groß geworden und dann ja er hat mich dann gefragt hier irgendwie wird die bei mir nicht größer möchtest du die wieder habe ich sie wieder gekriegt ich glaube mit zwei blättern habe ich sie gekriegt vielleicht ein drittes am kommen oder so oder eins am verwelken gewesen und 22 richtig saftig grüne jetzt sind im moment sechs blätter und das ist schon richtig ein highlight bisher habe ich keine der bananen pflanzen soweit gekriegt und das jetzt schon im februar die blödsinn wir haben jetzt schon märz dem zweiten ja heute haben wir den zweiten und ja ein schöner vorsprung denn an dieser stelle war es bisher so so richtig groß habe ich die pflanzen nicht gekriegt habe mich aber auch nicht richtig darum gekümmert das soll dies ja ein bisschen anders sein ich finde das schon super wir das ganze mulchmaterial über herbst winter gearbeitet hat hier nichts an beikraut raus gemacht einfach nur gemulcht ich denke das ist auch eine gute stelle um nachher dann wieder laub rauf zu kriegen und pferdemist wäre toll vielleicht noch ein bisschen erde damit sich das alles ein bisschen aufwertet wieder hat die bananen pflanze gleich viel mehr nährstoffe und kann dieses ja gas geben die können die können ja durchaus irgendwie 456 meter 45 45 meter groß werden die können auch richtig was ab diese diese sorte stammt dann außen ist ja gerade nicht da ist bei mir zu hause stammt aus dem himalaya somit eine robuste sorte ich möchte das ja so ein bisschen in mein mein ja grill kreislauf einbauen ich möchte damit mal essen machen auf den grill hauen die alufolie ersetzen das ist mir nämlich ein dorn im auge alufolie zu benutzen wenn ich sie damit nutze ja und so würde ich das viel schöner finden wenn ich hier bananen mäßig was hochgezogen kriege und da zum grillen dann immer blätter da sind wir eine wunderbare sache so wir waren bei der banane wir waren beim mulchen und hier könnt ihr einmal sehen sind ordentlich viele aber auch auch noch mehr hier ist naja das das ist noch müll den muss ich hier raus sammeln der liegt aber auch nie hier vorne nur hier vorne ja und hier habe ich halt laub gesammelt hier soll auch noch pferdemist drauf so ist nachher alles vermengt werden die würmer die kümmern sich dann darum ja hier in der ecke das sind geschichten liegt brav schon eine zeit letztes jahr nicht genutzt da habe ich auch platten unten drin die sind von der feuchtigkeit hochgegangen habe ich ein bisschen mehr von erwartet ist so gelaufen wie es gelaufen ist für die zukunft weiß ich auch nicht ob ich das irgendwie ersetze mal dass es weg kommt vielleicht was anderes hin steht also in den stern mal gucken es hat jetzt keine priorität das zu entscheiden aber ich glaube wenn ich sperme möglichkeit hätte würde ich kurzfristig sagen weg mit dem ding ich finde schon super aber das super viel morge und das baustellen habe ich jetzt genug auf jeden fall allein was auch im sommer liegen geblieben ist ich habe hier immer noch die kissen vom sommer liegen die hängematten hängen noch sind alles so sachen ja tut schon weh die zu verlieren und die sind alle hier und bei den hängematten die werde ich durchkochen denke ich und die irgendwie noch retten aber bei den kissen ist glaube ich dann hopfen und malz verloren die sind bestimmt von unten schon angegammelt oder so wird sich zeigen so hier habe ich hier meinen schönen aufgang zum podest das ist ja eines der ersten sachen die ich gebaut habe im garten oder das ist die erste sache parallel zum podest da bei den hängematten das kommt dann gleich halt noch richtig schöne sache guckt mal bei den ersten folgen rein wer das irgendwie sehen will wie es hier vorher aussah gleich die unter den ersten zehn folgen ist das auf jeden fall kann ich euch versprechen hier habe ich überall laub gesammelt nicht immer noch genug zwischen aber man kann es durchaus sehen hier hatte ich ein häufchen stehen ja und jetzt hier wo ich stehe ist eigentlich ein bereich gewesen da von der weide dies hier rüber gekippt das war alles dicht hier konnte man nicht laufen war ein riesen teil guck mal wie was für ein durchmesser das gekriegt hat die habe ich gepflanzt das war so ein kleines dünnes stöckchen jemand die hand daneben ich habe eine riesen hand eine riesen hat nicht aber eine große hand und dementsprechend ist das hier dick auf jeden fall auch eine heidengeschichte das war aufwendig das alles hier zu regeln anfänglich wusste ich auch nicht wie ich das angehen soll aber ich habe da so mein weg gefunden habe jede menge holz gewinnen können und ich gehe hier mal runter hier könnt ihr das auch wunderbar erkennt das sind so die dünnen stöckchen die anderen zeige ich euch dann gleich die liegen dahinter ja was ist noch passiert holzlager ist wüst ja hier ist ein beet auf jeden fall da war flo bei hat er freigemacht hier den ganzen bereich habe ich freigemacht da hinten ist es richtig schön gemacht schon bisschen geschirr sortiert da ist auch einiges leider zu bruch gegangen die geschichte soll nachher verschwinden ja das habe ich für da gebaut habe ich ja etwas vor da habe ich eine idee gehabt letztes jahr schon das versuche ich dann noch zu verwirklichen ja hier ist ansonsten nicht so viel los hier alles brombeer freigeschnitten ja ihr könnt das sehen hier sind überall kommen sie aus dem boden hier haben wir welche da vorne haben wir welche und echt überall zwischen also hier haben wir locker 30 40 pflanzen hier hinter der tür verschwindet auch einiges und am dach ja so da habe ich geschnitten gestern war ich da mal bei und habe ja ihr könnt das links schon sehen da kommen wir nämlich gleich zu hier haben wir auf jeden fall schon mal eine eine fuhre wo ich alles klein geschnippelt habe so habe ich das auch auf den kompass keyhole kartoffelbeet geschichtchen da hinten habe ich das hingeworfen ja ist nichts bei rausgekommen war auch so der zustand und das soll noch klein geschnippelt werden und das ich hoffe dass das passiert bevor das andere wieder nachgewachsen ist ja hinten kann man mal so ein bisschen reingucken aber nur freigemacht halt von den brombeeren gehört ich habe es gesagt drehen wir uns gleich um ich habe euch das mit dem knoblauch gezeigt habe ich mir in meiner schubkarre stoßen ouch das war das knie gibt ein bisschen musik mit so was habe ich denn ausgesät also hier links zwei verschiedene salatsorten dann haben wir hier knoblauch knoblauch hier eine knoblauch pflanze dreimal mann gold und zwischen den knoblauch pflanzen haben wir möhren drin und dann kommen wir hier knoblauch 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 und auch dazwischen möhren rechts auch noch mal eine spur kurz erklärt das ding natürlich auch vorher beikraut raus war auch eine menge und jetzt kommen wir zu einer schönen sache schön weiß ich nicht licht im oge das betracht das ich finde das total grandios guck mal das hatte ich doch abgeschrieben und ich glaube ihr kommt da noch mal vergiss mal nicht ist doch mal eine tolle sache vor allen dingen links am schuh einfach mal so am rand durchgewachsen natur findet ihren weg hier dekorativ habe ich dann noch mal schubkarre aufgehangen und im großen ganzen wenn ich mir den apfelbaum anguckt jede menge senkrecht triebe ich glaube das wäre jetzt die zeit wo ich dabei gehen müsste mal gucken ob ich dazu kommt irgendwie mit dem apfelbaum bisher läuft das noch nicht so aber letztes jahr war das auch wieder chaotisch und ich konnte mich auch um den baum nicht kümmern dann auch die stürme die super viel obst haben fallen lassen obwohl einiges hätte eigentlich auf mich warten sollen aber so ist das jedes gartenjahr hat so in sich und dann gibt es pflanzen mit denen kommt man besser zurecht und bei anderen läuft es dann nicht mehr so aber irgendwann habe ich hier auch noch mal eine richtig schöne ernte daran glaube ich noch ein super leckerer apfel super super lecker so hier können wir auch noch mal gleich fertig machen hier ist noch ein beet das wird dann irgendwie noch frei gemacht sind ein paar pflanzen zu sehen das ist wahrscheinlich auch wieder königskerz ich weiß es nicht da sind noch die kissen aus dem sommer will ich jetzt gar nicht runter gucken der bereich auch vernachlässigt dann habe ich ein bisschen von vandalismus geredet vieles habe ich schon beseitigt das heißt vieles also einiges habe ich schon beseitigt und hier irgendwie ja sind die bretter jetzt irgendwie rausgetreten worden so sah es auf jeden fall aus ich weiß nicht ob nachher regen wetter sturm das irgendwie verursacht haben könnte die waren auf jeden fall auch festgemacht aber irgendwie ja wer weiß was da los war vielleicht habe ich auch die nägel nicht ins holz getroffen wissen kann ich es nicht nur vermuten aber komisch war das schon dass hier eine spur durchgegen weil keiner dadurch laufen wollte da war nämlich noch einiges im weg aber hier war richtig so eine laufspur kann auch mal sein dass nur wer gegen gekommen ist und dann ist das ding gleich rausgefallen steht in den stern für mich ein bisschen nervig das war ein kleiner teil der natürlich schon fertig war total unnötig da noch mal bei zu müssen aber so ist das eben ja ja aber ich akzeptiere das ist so wie es ist ich habe meinen alten elan wieder richtig schön das einzige noch nicht meinen alten körper ich weiß auch nicht ob der in der form wieder kommt wie es war als ich hier angefangen habe sorry das lenkt einfach ab es ist so ein schönes panorama und wenn die vögel im hintergrund jetzt weiß ich nicht mehr wo ich stehen geblieben einfach mal weiter gucken ich denke hinten habe ich schon jede menge abgefrühstückt und ja hier die wege frei gemacht von laub hier war alles voll ihr könnt das eigentlich an allen anderen stellen sehen wie es auch hier aussah auch auf dem rasen hier alles voll da hat sich auf jeden fall einiges getan nach links wir haben auch ein paar flänzchen die kommen mal gucken was das wird ja hängematten aus dem letzten jahr und vom weideschneiden hier auch noch mal ein bisschen was optisches hatte ich irgendwie bock drauf die kanne lag nämlich einmal da unten auf dem boden vom sturm die pflanze ist ja umgekippt also die große weide groß werdet ihr gleich auch noch sehen warum ich da drauf kommen ja und so sieht es hier hinten aus hier hinten gibt es auch noch schön was zu sehen erkennt ihr das da haben wir bärlauch der wächst ich freue mich wenn ich hier wieder liegen kann ich liebe sie es ist so schön in der hängematte das darf echt nicht fehlen das wäre wirklich schade so jetzt kommen wir zum holz da ich glaube die nicht das ist anderes holz was ich mir zurecht gepackt habe aber hier guckt euch das an das ist richtig schöner kram und wenn ihr guckt auch sehr viel länge dabei deswegen mal schauen was daraus wird und wir tigern hier mal weiter denn auch hier habe ich schon ein bisschen was gelagert hier weiter auch noch von der einen geschichte grad das ist ja dafür gedacht ich wollte hier auf jeden fall irgendwie totholzaun mäßig irgendwas starten erde soll ja noch weg brombeeren und so weiter müll hier vorne sammle ich müll ja das geht halt nur mit der zeit und einfach nur herrlich so sieht es hier aus da hinten habe ich einen sperrmellhofen ich hoffe dass ich den dieses jahr bekämpft kriege dass der da nicht mehr liegt auch dass ich da vielleicht noch ein bisschen holz sinnvoll nutzen konnte man guckt euch das an ist das herrlich ja und der liebe floh und ich wir haben ja auch schon fleißig dart gespielt so sieht das derweil aus also rund um verschiedenste baustellen ich gehe diesmal auch noch mal ein bisschen anders ran ja wie gesagt gerade schon dass so hier der hintere bereich dass ich hier eine gute basis habe also den bereich auch ordentlich halte ist nicht immer ganz leicht gewesen weil hier ist halt vandalismus passiert man sieht das naja bei den scherben die haben dem frost gelitten aber viele andere scherben weil leute halt eben waren was kaputt gemacht haben oder alkoholflaschen hier gelassen haben irgendwie zertrümmert haben was auch immer los war alles nicht so schön ich darf mich dann um den müll kümmern ja aber das sind sachen die stehen ab sofort als erstes dran und dann kommt der garten anders wird es nicht mehr laufen weil ohne diese grundlage hier hinten funktioniert es nicht das ist für mich etwas das habe ich auf jeden fall mitgenommen das wird sich auf jeden fall dieses jahr ändern und auf kosten meiner gesundheit mache ich auch gar nichts mehr das macht einfach keinen sinn auf lange sicht ja es ist kein nachhaltiger gedanke aber ansonsten alles piano stück für stück nur worauf ich lust habe wo die energie da ist so wie ich das eigentlich auch in meinen videos immer schon gesagt habe wie ich das größtenteils auch gemacht habe aber diesmal kommt noch eine schippe oben drauf das brauche ich auch für mich ich brauche das sein nicht dass irgendwelchen zielen hinterherjagen sondern ich brauche ein gutes gefühl und so mache ich das seit anbeginn jetzt mit dieser mit diesem neuanfang dieser neuen chance und damit fahre ich sehr gut ihr konntet sehen ja schon einiges passiert auch wenn ihr jetzt die vorversion nicht gesehen habt ich euch eigentlich viel erzählt erklärt habe wie es denn war aber im großen ganzen kann ich schon sehr zufrieden sein bin mega glücklich könnte jetzt sogar zwei wochen die füße rummachen aber so läuft das letztendlich nicht zu hause gibt es auch schon eine voranzucht was das so ist das verrate ich euch jetzt noch nicht das kommt ein anderer mal ich habe euch letztes mal schon darauf verwiesen gerade so anzug geschichten ich habe da schon jede menge videos gemacht auch so eine bodenaufbereitung beete vorbereiten leben bringt leben biomasse dieses ganze nachhaltige ding der rote faden der sich durch meinen kanal zieht da möchte ich jetzt noch mal darauf verweisen für alle die das noch nicht kennen schaut da mal rein unter meinem letzten video habe ich auch einige links rein getan das werde ich euch da noch mal verlinken einmal kompakt das was ich gerade gerade erzählt habe und dann würde ich sagen für heute reicht es dann vielen dank auf jeden fall fürs zusehen war wieder eine riesenfreude und ich freue mich auch schon wieder aufs nächste mal und bin an dieser stelle raus ja da war ich kurz abgelenkt ihr habt das wahrscheinlich noch nicht mal gemerkt so und weg und tschüss das war's